Hallo liebe Deutschlernende, ich bin immer noch in Prag und wir haben hier gerade eine Höhle gefunden. Oh, ist das spannend. Wir haben eine Höhle gefunden. Tada, wir sind gerade in einem Wald und hier ist eine Höhle. Das ist sehr spannend. Ich gehe mal rein. Oh, hier hört sich alles ganz, ganz anders an. Es gibt ganz, ganz komische Geräusche. Dunkel, dunkel. Und jetzt ist das Ende. Ein bisschen unspektakulär, aber das hat Spaß gemacht. Das war eine Höhle und ihr habt ein neues Vokabel gelernt. Die Höhle. Okay, bis nachher. Tschüss.